Hallo, mein Name ist Thomas Hofer und ich bin der Ombudsmann der Stadt Graz. Im Zuge der Sauberkeitsoffensive ist es uns auch besonders wichtig, eine gute Luft in der Stadt zu haben. Wer sorgt für gute Luft? Die Bäume. Weshalb wir im Zuge des ersten Grazer Herbstputzes 120 Bäume neu gepflanzt haben, die nun für eine saubere und gute Luft in der Stadt sorgen. Danke. Bis zum nächsten Mal.